I've been waiting on my life For someone like For someone like Hier, hier warte Wo kommt diese Hand her? Hilfe, hallo! Bitte gehen Sie aus dem Bild... Tun Sie die Hand da weg! Gehen Sie da runter, verschwinden Sie! Raus aus meinem Fernsehstudio, aber ganz schnell! Weg mit Ihnen! Da ist jemand durchs Bild gehüpft, haben Sie das gesehen? Das war der UFO-Haus. Weg mit Ihnen! Habe ich... weg? Habe ich ge... Ja, Leute, was geht? Ihr bekommt eine Runde von Meisterbilder. Also, mit dabei ist heute wieder mein guter Freund. Palutin! Guter Freund ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ehemaliger Mitbewohner und Warmutin-Partner. Palutin, guten Tag! Ja, wir sind praktisch Brüder. Ich habe bei dir gerade was... Ich glaube, das sind Drogen. Das ist Hustensaft. Ja, okay, ist fast das Gleiche. Alter, man soll den Beutel vor Gebrauch leicht durchkneten. Ja, mach mal. Ja. Ich habe aber auch ein bisschen Husten. Wollen wir uns einen Zip gönnen? Also, ich weiß nicht, ob man das einfach so... Ich bin schon wieder gesund, ne? Aber das hast du doch in der Apotheke gekauft. Das ist doch nicht verschreibungspflichtig, oder? Ja, aber trotzdem. Man nimmt doch nicht irgendwelche Medikamente an. Nein, nimmt man ja auch nicht. Aber ich habe ein bisschen Halsschmerzen. Ja, aber das ist gegen Husten, nicht gegen Halsschmerzen. Du kannst doch nicht jetzt hier hinkommen, einfach irgendwelche Medikamente... Ja, guck, dann mache ich das eben nicht. Das ist doch ungesund, Palle. Guck hier. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Das darf ich hier nicht mehr offen rumstehen lassen. Ja, es kommen doch auch keine Kinder hier hin. Ja, aber was ist das denn gerade für ein Move gewesen, wenn ich jetzt nicht gesagt hätte, nein, hättest du die ganze Packung getroffen? Das stimmt doch überhaupt nicht. Was versuchst du hier für eine Story zu kreieren? Jetzt kommt Promiflash, Alter. Alter, jetzt gleich... YouTuber Paluten-Drogenabhängig. Hustensaftabhängig, Digga. Hallo, könnte hier vielleicht mal jemand in die Runde reinkommen? Hallo Leute, wir würden Bälle bitte Masterbilder spielen. Hallo. Darf ich haben? Was denn? Mein Schlüssel für mein Auto? Ja? Du hast nicht meinen Partner in seinem Haus, Alter. Nee, hab ich auch nicht. Ja, du... Da, wo im YouTube-Haus der Parkplatz ist der schlimmste Partner der Welt, weißt du was? Echt? Ja. Hast du schon einen Kratzer in deinem Auto? Nein, hab ich noch nicht. Aber dank des YouTube-Haus hatte ich in meinem alten Auto sehr viele Kratzer. Ja, das war die beste Zeit. Ey, ich kann auch persönlich nicht richtig einparken. Aber Rewi kann gar nichts. Rewi kann wirklich nichts. Jetzt kann ich's. Jetzt hab ich's gelernt. Aber früher, in Regelmäßigkeiten, ist Rewi durch die YouTube-Haus ein Fahrt reingefahren und auf einmal hörte man nur... Also so ungefähr. Und dann war halt die komplette Seite zerkratzt. Leute, jetzt geht's endlich los, nachdem wir festgestellt haben, dass ich nicht einparken kann und du eine leichte Hustensaft-Affinität hast. Hab ich nicht, Mann. Pass auf, Palle. Ja. Wir wechseln uns wieder ab. Ja. Ich würde sagen, ich baue dir was vor und du machst weiter, okay? Okay. Gut. Wir schauen, was das Thema wird, Leute. Ice-Cream, Alter. Okay, pass auf, Palle. Da kann ich natürlich mit Not so cool einiges dazu sagen, denn wir haben ja auch den Eiscreme als Logo. Mal nehmen wir hier den Grasen. So. Pass auf, ich beginne... Ja. ...mit folgendem, okay? Was ist deine Lieblingssorte? Meine Lieblings-Eissorte... Ja. ...ist... Schwierig. Schokolade, glaub ich, Alter. So ein Klassiker. Schoki-Lecki. Mhm. Lecki-Schoki. Ich war früher Stracciatella-Frau. Stracciatella? Und jetzt? Ja, jetzt gibt's hier so Cookies & Creme und so weiter. Ah, den ganzen neumodigen Gras. Ja, da gibt's sowas gab's früher. Früher gab's nur Vanille, Schokolade und... Schlumpf gab's immer. Schlumpf, ne, Schlumpf, ne, Schlumpf... Nee, 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 Schlumpfkampf auch irgendwann erst mal später. Ja? Ja. Also ich hatte Schlumpf relativ früh. Nee, also wir hatten damals... Weißt du, wir nach dem Krieg, wir hatten sowas nicht. Ja? Nee, wir hatten nur... ... nur Stinke-Mauken. Stinke-Mauken. Also sieht das aus wie Eis? Es gibt tatsächlich in München... Ja, super klasse. Da kannst du so Sauerkraut. Bah! Ja, ja, das war... Also es schmeckte gar nicht so schlecht und ich war überrascht, wie krass... ...nah, das wirklich nach Sauerkraut auch geschmeckt hat. Aber Alter, wer will denn Sauerkraut? Sieht das aus wie ein Eisbecher? Nein, Mann, das sieht aus wie ein Scheiß auf. Okay, warte, pass auf, ich versuch's nochmal. Mach Spaghetti-Eis! Nee, warte, pass auf... Boah, als Kind wollte ich immer Spaghetti-Eis. Guck mal hier so mit Stock drauf, Alter. Weißt du? Ja. Hier, so. Aber da hätte ich ja eine andere Holzart genommen. Weil der Stiel ist ja immer behandelt. Nee, da ist Rohholz, ist das... Nein! Das ist so ein Öko-Eis, Digga. Das ist von Unge. Das ist wirklich ein Öko-Eis. Also, Rewi, es tut mir leid. Was soll ich denn daraus machen? Ich hab nachgelassen, ne? Ich hab nachgelassen. Du hast wirklich nachgelassen. Wie sollen wir denn so gewinnen? Ja, warte, Alter, wir kriegen das schon hin, guck. Ja, so sieht's ein bisschen... Aber... Okay, jetzt hab ich noch... Ich hab noch ein bisschen Zeit. Pass auf, ich baue jetzt noch ein Eisbecher dazu, okay? Achtung, so. Hier, machen wir erstmal schnell den Boden. So, lalalala. Das ist Rewi. Ja, jetzt warte, warte ganz kurz, ja? Ich hab... Ich bin... Meine Damen und Herren. Wird das hier ein Fiasko? Nein, ach... Drei Minuten. Ich trau mich da gar nicht, was zu bauen. Oh Gott, ich bin so... Ich bin so... Hör auf, jetzt bin der Höhl schon. Ja, das schaffst du. Wenn wir verlieren, krieg ich dein Auto? Nein, aber du kannst ein bisschen Hustensaft vor mir haben. Nein, will ich nicht. Sicher, dass du keinen willst? Du hast mal Hustensaft, hast du gesagt. Ja, aber ich möchte keinen. Du willst keinen Hustensaft? Du bist nicht abhängig. Du hast kein Hustensaftproblem, sagst du. Hier. Was denn? Ich pack's auf... Nein, nicht auf den Kopf, Alter. Doch, ich pack's... Du musst da ganz... Du musst da ganz still halten. Du kannst mir doch kein Hustensaft auf den Kopf schmieren. Hör auf! Nein, ich pack doch nur die Dinger auf den Kopf. Du musst ganz ruhig bleiben. Der Kopf muss ganz starr sein. Das hat nicht funktioniert. Du bist dran, komm, du bist dran. Oh, okay. Guck mal hier, das sieht doch jetzt ganz gut aus. Das ist ein Eisbecher, Alter. Nein, Mann, das ist gar nichts. Ich baue jetzt mal was. Okay. Was uns den Sieg bringen wird. Alter, ich bin gespannt, du. Ja, warte. Jetzt liegen jetzt 40.000 Muskels. Ja, warte. Wo ist das Eisen? Ich finde das Eisen nicht. Oh. Great concrete. Okay, dann. Kannst du nicht bauen, das ist nicht möglich. Wie? Kannst du nicht nutzen. Wo ist Eisen? Ja, da links. Ja, hoch, runter. Iron einfach eingeben, oder? Wo denn? In der Suchleiste. Ah. Iron. Da ist es, so. Ja. Dann brauchen wir, ah nee, wir haben ja alles dafür. Okay. So. Ähm. Weil das wird erstmal der Teller. Aus Eisen. Ja. Ja. Man kennt diese Eisenteller in der Eisdiele. Ne, ich habe gerade ein bisschen gesammert. Das habe ich nicht gesehen. Das haben wir auch sicherlich. Thomas, da wirst du niemals ranzoomen. Ich weiß jetzt schon, dass das tun wird. Dieser miese Harald. Ja. So. Ja. Okay. So, und da kommt jetzt so Spaghetti rein. So. Spaghetti. Und da kommt auch ein bisschen Tomaten. Weil das ist, da gibt es immer die leckere Soße dazu. Oh, ist das lecker. Oh, da kriege ich selber schon Hunger darauf. So, und dann machen wir hier noch. So. Ähm. So. Wartet doch. Und das ist der Löffel. Miam, Miam, Miam. Guck mal, da geht richtig rein der Löffel. So, dann machen wir da noch eine Hand hin. Pink. So. Gibt es nicht noch was anderes, Pink? Du hast noch 30 Sekunden Zeit. Ja, dann sag mir doch, was ist die Dingensfarbe? Für Hände. Gehst du gerade runter? Ja, mach ich. Ich weiß nicht. Schau hoch. Ähm. Ähm. Nehm. Nehm einfach. Ey, komm. Soll ich die Hand schnell bauen? Ja, machs schnell. Okay. Zehn Sekunden. Zehn Sekunden hin, oh mein Gott. Fünf. Oh. Oh. Das ist doch schön. Was hast du gemacht? Das ist keine Hand. Das sollte doch... Das sollte doch... Du hast schon... Junge, dafür wären wir bestimmt geballt. Ich hätte eine kaut. Alter, nein. Doch. Das sieht sogar gut aus. Guck mal. Du musst bewerten, komm. Ähm. Es ist okay, oder? Nein, Mann. Ich finde, das ist kein schönes Eis. Ja, das sieht gar nicht lecker aus, Alter. Das sieht richtig eklig aus. Nee, ich finde das sieht auch nicht gut aus. Ekeleis. Bleh. 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 Widerliches Kackeis ist das. Oh Gott, was ist das denn? Ups. Das ist ähm... Ähm. Alter. Aber das finde ich gut. Die Idee ist gar nicht so schlecht, ne? Ja, an sich das ist so ein Mulderer. Aber die Zunge ist... Das ist keine Zunge. Das ist was anderes. Nein, das ist ne Zunge. Das, was du gebaut hast, ist was anderes. Das ist ne Hand gewesen, Alter. Das, was du gebaut hast, ist... Ja? Auf gut Deutsch gesagt, ein Dödel. Ein Dödel? Ein Dödel, ja. Ein Dödel ist ne Hand, Alter. Nein, Mann. Das ist riesig. Ich sag dir. Der Typ, der wird uns bannen. Der sieht so aus. Der mit der SM-Maske. Und der Unterhose. Oh. Oh. Alter, das ist nicht fair. Nee, nicht Pixel-Art. Er hat's drei Blöcke gebraten. Es ist kein Pixel-Art mehr. Ja, ich... Ich geh durch. Ich dreh durch. Er ist dann kein Pixel-Art mehr. Ja, Scheiße, Alter. Der hat gewonnen. Paddle, wir haben verkackt. Nee, wieso denn wir? Du! Ja... Du hast praktisch... Das ist dann... Aber es ist kein Pixel. Ja, den haben die gegoogelt. Die Penner. Scheiße, Alter. Jetzt haben alle dem gute Punkte gegeben. Oh, guck mal. Der eine schreibt auch. Drei Blöcke breit. Nice Mates. Der ist bestimmt bei dem anderen gespingst. Der ist rüber geflogen, Alter. Stimmt. Ehud, Digga. Mein Gott. Oh, ein Eiswagen. Oh mein Gott, ist das genial. Ja, wir... 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 Das... Das ist ... Das ist ... Die peinlichste Runde. Nein, das ist nicht... Ich hab schon wesentlich peinlichere Sachen in Masterbilders hinbekommen. Das weiß ich, das weiß ich. Das weiß ich, Alter. Was hat das Ding heiß? Du musst mich jetzt aufbauen, muss sagen ... Da läuft Kacki runter. Das ist Schocki. Das ist Kacki, Alter. Das ist ein bisschen voll Kacki. Ist das Esch-Ketschum? Ist das Esch-Ketschum? Esch? Alter, der sieht ein bisschen blass aus, der Esch, ne? Esch? Was geht ab? Die ganze Zeit in den Höhlen rumgelaufen. Alter, Cho Chang. Cho Chang weiß, wie man Eis baut. Ja, ja. Oh. Äh. Alter, die werden... Junge, was du da gebaut hast. Das ist... Guck mal, der eine ist nicht... Das ist... Das sollte wirklich eine Hand sein. Also, sorry. Also, da schreibt auch... Jumi schreibt Real Mature. Guck mal, die schreiben genau das gleiche, Junge. Weil wir... Wir können glücklich sein, dass wir nicht exploded sind. Mein Eis ist bleeding, Alter. Mein Eis ist... Guck mal, der Spiel spielt Alpha-Stein oder was? Mein Eis ist bleeding, verstehst du? Mein Eis ist bleeding, verstehst du? Nein, das ist ein Eis. Wirklich mein Eis ist bleeding. Also, tut mir leid. Das ist... Was steht da? Revi, Uber-Gamer. Was ist das für ein W? Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Ich finde, das ist schön. Ich finde, das ist eine absolute Frechheit und der Typ soll nie wieder Minecraft spielen. Das finde ich so. Oh, das ist nicht mal gesprengt worden. Alter, das ist echt unverschämtbar wieder. Ich sag, wir sind vorvorletzter. Ich glaube, wir sind Mittelfeld, Alter. Komm, schauen wir mal. Vierter! Ja, ja! Jawoll! Geil, Alter. Auch noch kein Wann. Leute, das war eine sehr stabile Runde. Wir haben sehr viel über meine Einpark-Skills und Palutens beziehungs-Hustensaft erfahren können. Lasst einen Daumen nach oben da. Schaut bei Palle vorbei. Da haben wir nämlich auch noch Minderkraft aufgenommen. Mario Party, geile Zeit. Der habt auf die Hater und ähm... Der habt auf die Hater. Tschüss Leute, bye bye. Geil, geil, tschüss. See up. Cool. Bis zum nächsten Mal.